Auf! Kegel! Auf! Nein, was war das? Alter, schießt! Hallo! Hey yo, was geht ab, meine Freunde? Patrick hier am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf PMTV. Freitag, 14 Uhr, Kreisliga-Zeit mit unserem nächsten Spiel mit dem Verein Kickers Westerwald. Ja, liebe Leute, in der Videobeschreibung ganz wichtiger Hinweis, denn letzte Woche gingen zwei Spiele online. Gibt es nochmal eine Playlist mit allen Spielen, checkt sie auf jeden Fall aus. Das kann ich euch nur empfehlen, mega geile Videos und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und euch gefällt, was ihr jetzt hier seht, dann abonniert doch gerne, aktiviert die Glocke, ist kostenlos, lasst gerne einen Daumen nach oben, das Support ist kein Mord. Und ich würde sagen, ab geht's rein ins Spiel, eingeblendet findet ihr nochmal alle unsere Social-Media-Auftritte und am Ende des Spiels gibt es auch noch, ja, das neue Madden zu gewinnen. Viel Spaß damit und ab geht's rein ins Spiel. So, liebe Fußballfreunde, da sind wir auch schon am Platz angekommen. Wir stimmen uns ein im Kreis und das hier ist die Tabellensituation. Wir spielen heute zu Hause gegen St. Katharini, sind Fünfter. Wir sind Dritter, nachdem Puderbach das letzte Spiel verloren hat, sind wir aufgrund der Tordifferenz Dritter. Ja, so gehen wir ins Spiel und das hier ist die Startaufstellung im Tor. Keine Überraschung der Mädchen, der Abwehr dann Marco, Schunkie, Aki von Lars, im Mittelfeld Matsche, Luca und Domme und vorne drin Aldo, Sebo und meine Wenigkeit. Dann haben wir noch auf der Bank den Yankee, den Nye, Nasmi, Max, Andi. Trainer ist der Paul, Kuh ist der Micha und unser neuer Betreuer ist der Manuel. Herzlich Willkommen und wie man sieht, Paul und Micha sind gerade im Urlaub. Deswegen machen Sebo, Domme, Meti und Matsche das im Vierergespann alleine. Ja, kann man hier sehr schön sehen an den Bildchen. Ja, dann konnte es auch endlich losgehen bei bestem Fußballwetter. Wir stoßen an in den weißen Trikots in der ersten Halbzeit von links nach rechts. St. Katharinen in rot-blau. Diesen langen Ball, den konnte ich nicht erreichen, aber in der sechsten Spielminute, da zieht der Lars das erste Mal an. Geht hier am Gegenspieler vorbei, setzt sich wunderbar durch. Der setzt sich dann auch noch auf den Hosenboden hier. Lars schaut, was kann ich machen. Super Übersicht raus, auf den Matsche wieder zurück und der schießt über das Tor. Also ein sehr guter Beginn von uns. Die neunte Spielminute, der Ball kommt wieder zum Lars, der nach einer Ecke noch da vorne war. Sein Volley geht aber am Tor vorbei. Dann die nächste Ecke, diesmal von der anderen Seite von mir getreten. Und ja, da kommt der Matsche in der Mitte fast dran und kann den Ball einschieben, aber es sollte nicht sein. Weiterhin 0 zu 0. Die elfte Spielminute. Der Dommel bekommt hier den Ball vom Schunkie. Spielt ihn auf den Luca. Und der wunderbar auf seinen italienischen Freund, den Aldo. Der jetzt quer auf den Sebo. Und da ist das 1 zu 0 für die Kickers, liebe Leute. Drittes Spiel, drittes Tor vom Sebo. Sebo wunderbar gemacht, auch hier vom Luca. Sehr schön hier die italienische Kombination auf den Aldo. Der legt quer und da ist der Sebo zur Stelle. Und ihr könnt ja mal kommentieren, was könnte er mit diesem Jubel hier meinen, wo er sich die Ohren zu hält. Ich weiß es nämlich selber ehrlich gesagt auch nicht. Dann aber St. Catharin ist jetzt aufgewacht, versucht es mit einer scharfen Flanke, die aber dann ja mit dem Kopfball weit am Tor vorbeigeht. Die 16. spürte Einwurf auf den Aldo, der sich hier wunderbar durchsetzt. Jetzt zieht er den 16er, sucht die Schussposition, aber der Keeper ist zur Stelle und hat den Ball sicher. Auf der anderen Seite wieder St. Catharin mit ihren quirligen Spielern da vorne im Angriff. Die waren richtig gut drauf und dann senkt sich dieser Ball hier fast ins lange Eck. Der wurde immer länger, aber auch hier Meti wunderbar aufgepasst. Und bei der Ecke hier ist er auch zur Stelle, faustet den Ball erstmal weg und fängt dann den nächsten Ball ab. Also man sieht dem Meti schon an, dass er doch etwas athletischer geworden ist. Das unterstützt ihn weiter bei seinem Vorhaben, noch weitere 20 Kilo abzunehmen dieses Jahr. So, die 35. Spielminute dann aus dem Pre-Intro. Der Domme knickt hier weg, scheitert am Torhüter und dann muss der Aldo doch nur noch einschießen. Und was macht er? Ist es ein Tor oder nicht? Es ist ein Tor. Die Nummer 15 kommt nicht mehr dran. 2 zu 0 für uns. Der Domme ist hier mit dem Knie weggeknickt, hat sich da verletzt. Am Knie konnte weiterspielen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das Knie angeschwollen und wir wissen nicht, wie schwer die Verletzung ist. Er hatte nämlich im gleichen Knie schon mal einen Kreuzbandriss. Und hier ist er wieder in Action mit dem kaputten Knie zu diesem Zeitpunkt, scheitert aber am gegnerischen Torwart. Gute Besserung an den Domme an dieser Stelle. Dann St. Katharin mit einem langen Ball. Der kommt aber als Boomerang zurück, landet vor meinen Füßen. Ich spiele ihn direkt weiter nach vorne auf den Aldo. Aldo, der fackelt nicht lange und da zappelt der Ball im Netz zum 3 zu 0 für uns. Wunderbar gemacht. Er bedankt sich hier auch nochmal bei uns für das schnelle Spiel nach vorne. Schauen wir nochmal in der Wiederholung drauf. Ich habe die Lücke gesehen und direkt weitergespielt. Und dann ist der Aldo zur Stelle und macht den Ball wunderbar rein. Aldo ist richtig gut drauf die letzte Zeit. 3 zu 0 war dann auch der Halbzeitstand für uns. Wir springen rein in die zweite Halbzeit mit einem Eckball, der von Lars getreten wird. Er kann vorerst geklärt werden, kommt dann aber zurück auf den Lars. Er schaut, was kann ich machen. Spielt ihn dann zurück auf unseren angeschlagenen Domme hier. Der wieder auf den Matsche und der versucht es aus spitzen Winkel. Aber der Ball geht dann doch deutlich über das Tor. Die 57. Spiel unter Vettelschoss hat sich nicht aufgegeben. Mit einem Freischuss versuchen es hier und da ist der Chris zur Stelle und macht das eine Tor für Vettelschoss. 3 zu 1 der aktuelle Spielstand. Wir schauen in der Wiederholung drauf. Auch hier kann man es nicht ganz genau erkennen. Er ist mit der Fußspitze dran. Ja, quasi unhaltbar für Demetri. Was soll er machen? Was soll die Abwehr in dieser Situation machen? Schwer zu verteidigen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr reagiert hättet. 62. Spiel. Ja, St. Katerin hatte jetzt Blut geleckt. Spielt den Ball in die Mitte. Wunderbar gemacht. Und dann kommt der Ball nochmal zum Spieler. Und jetzt ist Demetri zur Stelle. Taucht ab gegen die Laufrichtung. Wunderbar gehalten. Auch hier schauen wir nochmal in der Wiederholung drauf. Ja, wie gesagt. Ich finde, man sieht bei Meti einen ganz klaren Unterschied. Und auch den hat er sehr gut rausgeholt. Von vorne habe ich schon gedacht. Der Ball ist drin. Aber Meti ist zur Stelle. Die 67. Spielmisch. Es geht weiter. Ja, St. Katerin bekommt wieder den Ball. Ist wieder im Angriff. Sind jetzt viel besser im Spiel drin. Schauen jetzt. Nummer 7 bekommt den Ball. Legt ihn wunderbar weiter auf. Die Nummer 11. Jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Aber Meti taucht ab und entschärft das Ganze. Drei Minuten später spielen wir einen Freischuss kurz hintenrum aus. Zum Spielaufbau über Schunkie. Und dann den Lars. Ich bin durchgestartet. Lars spielt den langen Ball nach vorne. Die Szene habe ich reingeschnitten. Denn der Vettelschosser-Spieler meint, er hätte mich hier nicht berührt. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Der rechte Oberschenkel hat mich ganz klar berührt. Könnt ihr auch mal gerne kommentieren, ob ihr das genauso seht. Wir bekommen einen Freischuss. Der Domme tritt an. Der angeschlagene Domme. Und wie er diesen Freischuss tritt, ist einfach unnachahmlich zum 4 zu 1 für uns. Man muss sich immer mal vorstellen, zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier kommentiere, sitzt der Domme mit einem geschwollenen Knie, wo er mal einen Kreuzbandrass hatte, zu Hause und weiß noch nicht, wie schlimm die Verletzung ist. Und da macht er einfach nochmal so ein Tor. Also unser Kapitän auch richtig gut drauf. Es wäre ein richtiger Verlust, wenn er jetzt ausfällt. 4 zu 1 der aktuelle Spielstand. Dann, ja, eine kleine Unachtsamkeit von uns in der Abwehr. Ja, und dann die Nummer 11 hier am Start und macht den Ball rein. 4 zu 2 nur noch. Also das auch kurze Zeit später. Wir machen es hier dann doch wieder spannend. Das ist Kreisliga. Wechseln dann auch, ja, danach direkt aus quasi vor dem Anstoß. Der Max kommt rein. Alter Schulfreund von mir. Freut mich übrigens, dass Fußball so sehr verbindet, dass man sich hier auch wieder am Fußballplatz trifft. Mit dem Max bin ich früher auch zur Schule gegangen. Ja, sehr guter Kumpel. Wohnt jetzt in Köln. Ist aber jetzt zu uns den Kickers gekommen. Stößt jetzt hier an und das ist das erste Mal, dass ich seit der B-Jugend wieder mit ihm zusammen auf dem Platz stehe. Ja, bekommt einen langen Ball nach vorne. Ja, läuft hinterher. Zack, setzt sich hier durch. Gut, müssen wir gleich nochmal in der Wiederholung draufschauen, ob das ein Foul war oder nicht. Und macht das Tor. Ja, deswegen war es ungeschnitten. Ich glaube, ich habe die Zeit gestoppt. 33 Sekunden war ja auf dem Platz. Könnt ihr vielleicht auch nochmal nachschauen und mich in den Kommentaren korrigieren. Ja, macht hier direkt sein Tor. Bachelor nennen wir ihn. Ja, aber das hier ist... Ja, ist das ein Foul oder nicht? Ihr seid gefragt. Ist das ein Foul, liebe Leute? Was der Max dort begangen hat? Ich muss ehrlich sagen, das war schon hart an der Grenze. Ja, wie er den Körpereinsatz geführt hat. Der Schiri hat es laufen lassen und wir führen mit 5 zu 2. Vettelschoss bzw. St. Katharine, das ist ja eine Spielgemeinschaft, hat sich aber nicht aufgegeben. Versucht es mit einem hohen Ball in den 16er, der aber nur den Meti findet. Der das Spiel dann schnell macht hier auf den Luca mit dem Abwurf. Luca war auch richtig stark heute. Spielt den Ball wunderbar raus auf die rechte Seite. Da ist der Domme, der schaut, wo kann ich hinspielen. Sieht dann am zweiten Pfosten den Matsche. Der legt ihn wieder in die Mitte zum Max und der verpasst hier die Chance, direkt das nächste Tor nachzulegen. Und dann die nächste Situation. Der Domme spielt den Ball hier nach vorne auf den Luca. Der läuft durch, er läuft, er läuft. Spielt den Ball jetzt in die Mitte und jetzt steht der Max wieder frei vorm Keeper. Aber jetzt scheitert er vielleicht auch an seinen eigenen Nerven. Er hat ja auch lange keinen Fußball mehr gespielt. Ja, macht den Ball hier nicht rein. Die 82. Spielmitte. Wieder ein langer Ball von uns. Das ist der Domme. Auch er hat wieder hier den Ball. Er war richtig gut drauf. Also ich kann einfach nicht verstehen, wie er sich in diesem Spiel verletzt hat. Wenn er danach noch so gekickt hat, spielt ihn auf den Nasmi. Aber der hat den Schussmoment hier verpasst. Dann war das Spiel vorbei. Ich denke, wir gewinnen verdient mit 5 zu 2. Danke an St. Katharin für das sehr faire Spiel. Wir spielen als nächstes gegen Melzbach, diesen aktuellen Siebter. Wir konnten den dritten Platz vorne drin behaupten. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, liebe Leute, dann müsst ihr das Video liken. PMTV abonnieren. Seht ihr jetzt auch hier im Hintergrund. Aktiviert die Glocke, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Kommentiert mit eurem Instagram-Namen. Und ganz wichtig, folgt uns auch dort. Ja, seht ihr jetzt auch eingeblendet. Und dann könnt ihr das Madden-Spiel gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht weiter am Sonntag mit den nächsten Arten von Kreisligaspielen. Also nicht verpassen. Ja, und dann kam es noch zu schönen Szenen. Denn unser Ehrenfan, der Sandro, war wieder am Platz. Er sitzt hier im Rollstuhl. Ja, hat uns wieder mal besucht. Das erste Spiel von den Kickers gesehen. Und wir haben ein gemeinsames Mannschaftsfoto auch mit ihm zusammen gemacht. Das seht ihr jetzt hier im Hintergrund. Und auch das fertige Bild. So was, wie gesagt, findet ihr bei uns auf den Social-Media-Kanälen. Deswegen folgt überall den Kickers. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, auch die Website und auch die ganzen anderen Spiele, die wir bisher hochgeladen haben. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt verletzungsfrei und schaltet am Sonntag ein, wenn es weitergeht mit dem nächsten Video über Arten von Kreisliga-Fußballern. Ciao! Ciao!